Es ist eine gut organisierte, kompakte Mannschaft, die ähnliche Attribute zeigt, wie wir das auch haben, wenn es um das Gesicht geht. Wir haben eine gute Geschwindigkeit, gerade auch bei Umschaltmomenten haben den einen oder anderen Unterschiedsspieler. Eine sehr aktive Mannschaft, wenn es um Balldruck geht. Nein, ich glaube schon, dass beide Mannschaften irgendwo wissen, was sie erwartet. Für uns gilt es, ein positives Resultat zu erzielen, dann vor allem auch auf Hinblick auf das Rückspiel. Schwer war mein erster Gedanke. Aber ich glaube, Achtelsfinale Europa League wirst du keine leichten Gegner bekommen. Natürlich haben wir die beiden Spiele nochmals analysiert und auch dazu verwendet, den Jungs Szenen zu zeigen. Weil ich glaube schon, aus den beiden Spielen kannst du einiges mitnehmen, was dann auch für morgen Abend gilt. Vielen Dank.